Die G-Stump Umformtechnik GmbH mit Sitz in Bielefeld produziert seit März 2014 den Rahmen für den Pick-up Amarok von Volkswagen. Die vollautomatische Serienfertigung des Leiterrahmens ist für das Unternehmen ein wichtiger Schritt in die Zukunft. In Hannover baut Volkswagen Nutzfahrzeuge, den Pick-up seit 2012 für den europäischen Markt. 2013 fiel die Entscheidung, dass G-Stump Umformtechnik die Rahmen liefert und eigens für diesen Auftrag in eine völlig neue Produktionsanlage mit Schweiß- und Montagerobotern investiert. Die Herausforderung besteht natürlich die gesamte technische Planung, die Steuerung der Lieferanten, die Qualitätsüberwachung bei den diversen Unterlieferanten und natürlich auch bei dem eigenen Hause befindlichen Prozessen zu gewährleisten und das ganze Projekt termingerecht in einer sehr kurzen und angespannten Terminschiene zum Erfolg zu bringen. Der Rahmenbau für den Amarok war ein anspruchsvolles und zeitkritisches Projekt. CHG Meridian hat Planung, Entwicklung, Bau und Inbetriebnahme der Fertigungsstraße bei jedem Schritt begleitet. CHG Meridian war gemeinsam mit der KUKA Roboter GmbH fester Projektpartner. Von der ersten Projektidee bis zum Abbau der Anlage nach deren Nutzung. CHG Meridian entwickelt intelligente Nutzungskonzepte, die individuell auf die Rahmenbedingungen der Investition angepasst und kostenkontrolliert sind. Ohne kompetente Partner wäre die Realisierung eines Projekts in dieser Dimension nicht möglich gewesen. Ein zweistelliger Millionenbetrag wurde investiert. Präzises ineinandergreifen war also nicht nur bei den Maschinen notwendig. Der Erfolg zeigt, die Zusammenarbeit von G-Stump und CHG Meridian ist eine Partnerschaft mit Zukunftsperspektive. Vertraue und glaube, es hilft, es heilt die göttliche Kraft!